Die Röder sind schon am Morgen, die ich vielleicht nie mehr Röder so in die Rappen gespürt habe. Und dann schon die Röder kommen dabei. und das ist wie jeder sich jetzt mit Kass wir machen jetzt hier auch die Kiste mal wieder auf den Knie und normalerweise sieht man diese Modellen draußen auch die Modellen mit Kass ja Sie sehen, dass ich auch mit dieser Hände dabei hier sind die Räume, Räume, Räume und Schütz über Maßen aufbauen und hier sind alle anderen Piloten, die auch noch 40 Jahre lang trainiert haben und eben dieses Modell ist so so einfach und leicht die Kulturen ausschauen so schwierig sind sie zu kriegen und man muss natürlich auch die Kass entwerfen haben, mit einem Modell diese Größe quasi diese Hände aktivieren und die Kass auch die Kass und 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 die Kass auch die Kass und die Kass auch die Kass die Kass die Kass Vielen Dank.